Es war einmal ein Junge namens Josef. Er hatte sich schon immer gewünscht zaubern zu können und deswegen wollte er es immer wieder ausprobieren. Ehemehle Zauberstab, dass ich die Hausaufgaben jetzt gleich hab. Alle seine Versuche waren vergebens und es gab dramatisch Folgen für seinen Versagen. Gehen! 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 Gehen nicht so ganz so! Gehen! 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 Was spinnen denn? Los! Gehen! 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 So! Gehen! 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 Ich hab dich hoch geachtet, um jetzt zu helfen. Wer? Du hast versucht zu zaubern. Das stimmt. Aber Zauber ist nichts, was machen. Vergessen auf. Gleich kann. Es bedarf die sehr lange Ausbildung und Übung, um es zu schaffen. Ich kann es dir weibenden. Ich kann dir aber helfen, das zu lernen. Aber du musst versprechen, du musst es mir schwören, immer weiter zu machen. Nicht aufzugeben, egal wie oft es nicht klappt. Wenn du mir das hier spürst, dann helf ich. Ich werde es auf jeden Fall schwören. Dann... Und so machten sie sich auf den Weg in die Büchersammlung des Zauberers, um dort seine alten Lehrbücher für Zauberei zu finden. Denk immer dran, du musst hart arbeiten und hart lernen, dann kannst du es auch nicht. Und ist der Gang? Gut, ich habe voll viel gelernt, durch die Bücher, die du mir gegeben hast. Ach, das war ja auch der Plan. Was kannst du denn bis jetzt? Lass es mir, ich zeige. Eine Mähne, eins, zwei, drei, flieg jetzt, löst ne Feuerball! Das war atemberaubend. In so kurzer Zeit, so gut zu werden, war so schwer. Na ja, da kann ich jetzt wohl nach Hause zurückkehren. Du kannst ja jetzt selbst verteilen. Genau, viel Spaß dir dabei. Es ist eine Freude, dir zu helfen. Guck mir auf. Wiedersehen. Sack. 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 Sack.